Er ist Ihr erster Einsatz in einer Staffel und gleich ein Podestplatz. Wie fühlt man sich daran? Ich kann es gerne glauben, aber es ist einfach so viel Spaß dabei und wir hatten einen Spaß. In dieser Saison haben Sie fünf Mädchen, fünf schwedische Mädchen, die in den Relay gehen können. Ist das sehr wichtig für die Resultate, die in der Saison? Ja, wie du sagst, sind wir fünf Mädchen, die jetzt können. Ja, es ist eine Frau mit der Beste. Natürlich ist es wichtig, dass es für die Staffel fünf Mädchen gibt, die gut laufen können. Und meine Frage war vorher, ob es jetzt fünf gute schwedische Mädchen gibt, die in der Staffel laufen können. Für sie auch, was die Situation mit Blick auf die restliche Saison angeht, ein gutes Zeichen ist. Also ich habe gesagt, ihr seid da vorne gekommen, ihr seid jetzt in Hochschilzen auf dem fünften Platz gewesen, jetzt sind sie auf dem zweiten Platz, was kommt dann. Ich bin Phil froh. Ich will continue in Englisch. Aber ja, im letzten Relay in Hochschil, ich war nicht so gut. Und meine Freunde schreien nicht über mich. Aber heute bin ich sehr glücklich mit dem Job der französischen Team. Denn wir sind in guter Form und wir schießen gut. Und wir haben zwei geschlossen und es ist ein guter Platz. Und ich hoffe, es wird nächstes gut sein. Also sie hat gemeint, dass sie in Hochschil nicht so gut war. Die Mädchen haben zwar nicht über sie geschimpft. Damals hat sie eins und drei geschossen. Heute war sie mit null und zwei dabei. Und sie mag hier auch den Ort und scheint also gut für sie zu laufen. Eine Frage an die Ludmilla. Im Ziel habt ihr zu dritt etwas in die Kamera gerufen. War das eine Botschaft vielleicht für den Trainer? Ich bin sehr gespannt. Es ist für das Untertitel. Ich bin ja haltet ihr, die Sie alle gesehen haben, habe ich einen guten Tag zu dritt gemacht. Wunderbar, wunderschönst du dich zu entsperren, was es war für ein bisschen zu machen? Das war die Übersetzung einig. Ich habe das erste Redussisch von den Vietnam-Günen auf das Thema, wo wir uns auch dazu gefangen haben. Wir haben einen Tag zu antworten. und wir wollten Klaas Zibuccio zeigen, dass wir ihn in ihm geholfen haben und wir ihn noch nicht erwarten. Und das Ergebnis, das wir getroffen haben, ist alles dank der Trainer Klaus Zibuccio. Also mit erster Linie würde ich mich gerne bei dem Klaus Zibuccio bedanken, der leider jetzt nicht dabei ist. Und als wir dann in die Kamera gerufen haben, wir wollten eigentlich vor allem ihm zeigen, dass wir ihn sehr brauchen, dass wir ihn sehr vermissen und dass wir all das, was wir erreicht haben, haben wir eigentlich nur dank ihm erreicht. They were shouting to the trainer, to Klaus Zibuccio, because they wanted to express that we need you. And you gave us the strongest and please come back and good health to you. I am very happy today, because girls before me do this job and I have a great pleasure to the track and on the shooting range. And we finished two and it's a great satisfaction for us. Were you a little worried after the third leg when there were the penalties? Yeah, it's a game, but the end was okay and it's good. Tell me, what did you think of the conditions? Today the conditions were not really good, because with the rain and the wind. Yeah, but it's the same for everybody and I think all girls in French teams do job and we finish two. It's good. I have a question for Ludmilla. Did you call something in the camera? Was that a chance for the trainer? When we came to the goal, three girls came to the camera and started to cry and happy. What was it for? What was it for? What was it for? I want to thank our favorite trainer, who, unfortunately, is not in the moment, Zibuch. We shouted at the camera, that we were in the room. We wanted to show you the result. We wanted to show you the best. We wanted to show you the class, Zibuch. What we needed to show you the best. We were waiting for you. Also in erster Linie würde ich mich gerne bei dem Klaus-Siebert bedanken, der leider jetzt nicht dabei ist. Und als wir dann in die Kamera gerufen haben, wir wollten eigentlich vor allem ihm zeigen, dass wir ihn sehr brauchen, dass wir ihn sehr vermissen und dass wir alles, all das, was wir erreicht haben, haben wir eigentlich nur dank ihm erreicht. Sie haben es in Englisch, Englisch. Sie waren schreitend zu dem Trainer, Klaus-Siebert, weil er ist ill und sie wollten, 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 dass wir Sie brauchen. Und Sie haben uns die Strecke, und bitte kommen Sie zurück und guten Abend.